Niemand kann mir erklären, was passiert ist. Sie ist weg! Sie war doch angeschnallt, verdammt doch mal! Sie ist entführt worden. Baby ist aus seiner Kinderkrippe entführt worden. Minna Nygor, elf Monate. Mir geht ständig durch den Kopf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Minas und Andreas' Verschwinden. Verdammt! Es gibt einen Fehler im Register. Möglicherweise werden hunderte von Täter nicht erfasst. Minna Nygors' Entführer könnte eine junge Frau im Mund haben. Der Fall wird neu eröffnet. Kommandant Clair Bobin, Service Regional de la Police Judiciale. Meine Torte? Ich träume immer noch von ihr. Die Hygiene lügt nicht. 2 2 1 1 2 2